Bei der Profi-Challenge 2024 landete Let's Dance-Star Ekaterina Leonova mit Ex-Freund Paul Lorenz auf Platz Dritte. Jetzt spricht sie über ihre Kündigung. Dem RTL-Publikum ist Ekaterina Leonova als Profitänzerin der deutschen Version von Strictly Come Dancing bekannt. Let's Dance katapultierte sie 2013 in Staffel 6 an der Seite von Paul Janke in den Mainstream. In der Tanzwelt war sie aber schon vorher ein Star, denn als russische Tänzerin im Bereich Standard- und lateinamerikanische Tänze, feierte sie schon vor ihrer Teilnahme an der Tanzshow große sportliche Erfolge. So gelang ihr beispielsweise 2012 mit ihrem früheren Tanzpartner und Ex-Freund Paul Lorenz beim EU-Cup und dem World Cup der internationale Durchbruch. 2013 schnappte sie sich den WDC All-World Cup sowie den WDSF EU-Cup Sieg. Schon vorher, nämlich 2010, hatte sie den zweiten Platz als GOG-Reising-Stars-Standard errungen, 2011 und 2012 sogar Platz 1 bei WDSF-Weltranglisten-Standard-Turnieren. Ekaterina Leonova ist auch fernab der Let's Dance-Bühne eine erfolgreiche Tänzerin. Doch Ekaterina Leonova ist nicht nur TV-Star und erfolgreiche Profisportlerin. Sie hat auch den Titel Miss Volgograd 2008, eine tanzpädagogische Ausbildung sowie ein Studium in der Tasche. Seit 2008 lebt sie in Deutschland, begann nach zwei Jahren Deutschunterricht 2010 ein BWL-Studium in Köln. 2018 packte sie in Düsseldorf noch einen Master obendrauf. Doch hat sie jemals im Bereich Betriebswirtschaftslehre gearbeitet? Ja, doch wegen ihrer Teilnahme an Let's Dance und der Let's Dance-Touren musste sie ihren Job irgendwann an den Nagel hängen. Das verriet sie nun, nur kurz nach ihrem Erfolg bei der Let's Dance Profi-Challenge 2024, auf Instagram. Ekaterina Leonova gibt Kündigung bekannt. Tanzen und BWL, das passt nicht unter einen Hut, bei so vielen spannenden Projekten hast du noch deinen, normalen, Job in München, hatte ein Fan im Rahmen einer Fragerunde nachgehakt. Daraufhin sprach Ekaterin erstmals über ihre Kündigung. Meinen, normalen, BWL-Job in München musste ich leider im Dezember 2022 kündigen. Es war sehr schwierig, den mit meiner Selbstständigkeit zu vereinbaren, so die Tänzerin am 2. Juni. Ich musste ständig die Freistellungen beantragen und hatte dabei ein schlechtes Gewissen. Ihr Team sei jedenfalls nicht schuld gewesen, dass sie den Job irgendwann an den Nagel gehängt hat, immerhin habe sie alle Arbeitskollegen sehr gemocht, so Ekaterin weiter. Ich vermisse alle, betont sie und teilt ein Bild mit einem sympathisch aussehenden Ex-Kollegen. Ekaterin nennt Grund und Zeitpunkt ihrer Kündigung. Nun, Ende Juni 2024, hat sich Ekaterin erneut zu dem Thema zu Wort gemeldet und den Grund für ihre Kündigung näher erläutert. Für Let's Dance sei sie insgesamt fast sechs Monate pro Jahr im Einsatz. Dabei bezieht sie sich nicht nur auf die regulären Staffeln, sondern auch auf die Profi-Challenge, das Weihnachtsspecial und die Proben für die Let's Dance Tour. So viel Freistellung wäre nicht schön, sowohl für eine Firma, als auch für mich, ständige Einarbeitung und schlechtes Gewissen. Deshalb habe sie im Dezember 2022 gekündigt. Aber BWL-Jobs haben mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich hatte aber auch immer Glück mit meinen Arbeitskollegen. Für die Welt der Betriebswirtschaftslehre mag Ekats Kündigung ein Verlust sein, die Tanzwelt darf sich unterdessen freuen. Aus dem RTL-Programm ist Leonova nicht mehr wegzudenken, wird 2024 für die Let's Dance Live Tour auf dem Parkett stehen. Ob sie 2025 in Staffel 18 von Let's Dance dabei sein wird, steht jedoch noch in den Sternen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.